Oh, die Wellen, die sind ja ziemlich hoch hier. Ja. Sollen wir mal aufpassen? Lass uns festhalten. Ja. Da, ich sehe schon den Spielplatz. Der ist sehr groß. Komm, wir steigen aus. Ja, komm, schnell. Ich freue mich schon. Da hinten sehe ich einen Schaukeln. Und eine Rutsche. Wow. Und einen Stuhl und einen Tisch. Wow, das ist ja cool hier. Hier ist ja richtig viel los. Spieleparadies. Wie im Spieleparadies, oder? Ja. Oder wie heißt das? Wunderland. Wie heißt das? Alice im Wunderland. Ja, genau. Guck mal da, die Rutsche. Die will ich jetzt runterrutschen. Wer hat denn noch? Ich. Aber ich bin danach dran, okay? Ja, passt auf. Ich will hier jetzt erstmal hoch. Wartet mal. Ich schau mal. Passt du am besten auch? Und passt auch? Wui. Cool. Und passt toll? Ja. Ja. Warte, ich kletter mal ganz hoch. So. Passt auf. Jetzt bin ich hier. Passt da unten auf, ne? Leute. Geht mal zur Seite. Keine Sorge. Das machen wir schon. Ja, warte. So, jetzt kommst du. Ja. Juhu. Aua. Das hat aber weh getan, ne? Das geht, oder? Ja. Jetzt bist du dran. Ja. So, setz mich hin und los geht's. Juhu. Das hat Spaß gemacht. Ja. So, wer ist denn jetzt dran? Von euch beiden. Ich, ich. Okay. Juhu. War's toll? Ja. So, Max. Jetzt bist du dran. Ja, wartet mal. Passt auf. Das war ja toll. So, jetzt schaukel ich mal, ja? Wollt ihr zusehen? Ja. Okay. Aber pass auf. Nicht, dass du dann runterfällst. Wuuu. Ist das toll. Das macht ja Spaß. Auf so eine Schaukel war ich noch nie. Nein. Nee. Wir schon. Sogar sehr oft. So, wer ist denn jetzt dran? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Du bist dran, Levis. Juhu. Du dumm, du dumm, du dumm. Jetzt bin ich. Ja, los. Jetzt muss ich da hoch. Und geschafft. Ich schaukele nicht mehr. Und voller Ansprung. Ja, das macht riesen Spaß. Guckt mal, wie ich schaukele. Ich möchte auch jetzt. Los. Ja, warte. Mach mal ein bisschen schneller. So, fertig. Jetzt bist du dran. Ja, endlich mal. Ja, endlich mal. Das war doch nicht so lange. Doch. Eine lange Ewigkeit. Macht Spaß, oder? Ja. Ja, ist jetzt nicht so toll. Geht so, ne? Würde ich mal sagen. Oho, das war jetzt was hier. Aber die Rutsche fand ich am besten. Ja, ich auch. So, was wollen wir denn jetzt machen? Jetzt schau ich mal, was da hinten gibt es. Was es da gibt. Kommt mit. Guck mal, ich hab mich hingesetzt. Picknicken wir? Nee, ich muss, ich brauch mal Pause. Okay. Kannst du mal Wasser holen? Ja, klar. Da ist ein Eimer Wasser. So, jetzt nehm ich den mal. So, hier. Hier ist das Wasser. Ja, danke. Bitte. Wo ist der Eimer? Boah, da ist ein Skateboard. Oder ein Longboard? Nee, Skateboard. Cool. Kann ich bloß, kann ich damit überhaupt fahren? Wartet mal, ich schau mal. So. Pass auf nicht, dass du runterfällst. Wow, das geht. Boah, du kannst das nicht gut. Ich glaube, wir können langsam nach Hause, oder? Noch das letzte Mal rutschen. Okay. Wee. Und dann, es ist auch schon spät, wir müssen alle nach Hause. Wir haben auch eine lange Part von uns, ne? Ja. Nicht, dass unsere Eltern uns schon Sorgen machen. Sorgen machen, genau. So, ich jetzt noch das letzte Mal und... Aber jetzt müssen wir los. Jetzt müssen wir los. Los, rein mit euch. So, die Wellen, die sind schon ziemlich hoch, ne? Aber jetzt nicht so wie am Anfang, aber es geht. Ich hoffe, wir kommen heil nach Hause. So, Leute, zacki, zacki, macht mal hinne. Ja. So, tschüss, Spielplatz. Tschüss, wir kommen zum nächsten Mal wieder.